Willkommen zu einer neuen Folge GTA Online und mit mir dabei ist der Daniel der Farmer. Hi hi. Hier drin steht zwar Katrin aber es ist der Daniel. So und wir wollen hier eigentlich noch mal so ein Teil hier klauen. Ja also wir klauen jetzt mal zwei von denen und mal gucken ob wir es irgendwie gebacken kriegen. Wir suchen es zumindest. Ich habe nicht mal eine Weste an. Warte mal ich muss mal kurz gucken wo ich die Waffe wechsel. Dass ich zumindest mal irgendwas in der Hand habe. Neh mal so eine. So. Ich habe keine Weste an. Ich habe gar nichts an. Lässt du den in Ruhe Junge. Ganz schön neblig. Ja gut wir müssen schnell sein. Mal gucken wie es jetzt wird. Ich habe ja zweimal gefehlt. Einmal direkt. Einmal direkt und einmal im Fliege. Weil ich dachte ich bin safe. Aber dadurch dass wir jetzt eine Aufnahme haben dann sieht es bei mir eher schlecht aus. Ich habe immer so ein Pech in Aufnahmen. Verreck ich. Rechts? Links? Ja das war's. Ja gerade links. Links. Du musst zwischen die. Ja genau da so dazwischen ist es. Weiter weiter. Ja die richtung die sieht gut aus. Ich habe jetzt allerdings auch keine Karte auf. Also ich weiß es jetzt auch nicht. Aber ich meine hier wären wir vorhin mal so lang. Es muss blöd. Ja es muss aber ratzfatz gehen. Ja. Nur aufpassen dass ich nicht so weit fliege. Vor dir ist es schon. Ja ich sehe es. Ja. Sehen wir natürlich nicht ob die Flugzeuge da sind. Ja du musst seitlich. Wir müssen mal gucken. Oh Alter. Perfekt. Ja Flugtraining hat man jetzt erst. Ja wir haben das Update mal gemacht und die Flugschule absolviert. Oh guck mal hier. Da läuft es schon. Darfst nicht den Zaun überschreiten. Denkt dran. Ja ja ich muss nur erst mal. Guck auch auf den kleinen Zaun. Dann sind wir gleich game over. Und das war's. Also Sichtkontakt gleich null. Ja das ist schlecht. Aber wir müssen einfach nur ein Stückchen warten. Wenn ein bisschen wart ist dann dauern. Sollten eigentlich alle beide Flugzeuge auftauchen. Das kennen wir ja eigentlich. Aber ich sehe auch echt gar nichts. Ich auch nicht. So einen Millimeter so. Da rechts steht einer. Der rechte steht. Okay. Ja den linken sehe ich nicht. Warum ich den rechten sehe verstehe ich nicht. Ja doch der rechte ist da. Sehe ich auch. Aber der link ist doch eigentlich direkt vor uns. Also sollte. Warte 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 warte. Also. Oder sind da beide. Auf der rechten. Steigt mal ein bisschen. Sind das alle beide da drüben. Ne kann eigentlich gar nicht sein oder. Ja am Leben nicht. Also einer ist da. Aber dann wären wir genauso weit wie eben. Wir brauchen ja noch einen. Wollen wir auf gut Glück probieren. Und gucken dass der linke einfach da spawnt oder. Können wir machen. Aber ich habe gerade einen Anrufmoment. Wir müssen erstmal weg gehen. Achso hier drin meinst du. Ja. 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 Ja hier drin. Ja der lässt da läuft alles an. Voll lässt sich das. Genau. Ja aber machen wir auf gut Glück. Auf und auf die Plätze fertig. Und los. Du hast gesehen wo ich vorhin gelandet habe. Ja. Äh du rechts. Oder willst du? Links du rechts. Es sind beide da. Schlag mich nicht. Kaputt. Oh ich habe schon einen. Ich wusste es dass da einer steht. Aber da steht noch einer. Oder? 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 Steht da noch einer? Steht da noch einer? Komm schon komm schon. Keine Weste an. Das ist total. Total bescheuert eigentlich. Auf 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 auf. Komm 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 komm. Alter Alter Alter. Komm mach das Ding auf. Alter. Daniel. 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 Bist du drin? Was? Äh noch nicht. Ah wieder nicht. Hier kann man noch nicht drin sein. Yeah. Du hast da einen im Schlepptau. Ja ist mir scheißegal. Ich habe einen im Schlepptau. Sag der da. Ah nein. 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 Ich bin tot. Nein. 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 Du bist tot. Nein. 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 Und was. Diese scheiß Raketen haben mich noch erwischt. Ich würde sagen, das probieren wir gerade nochmal. Diese blöden Raketen, ja? Scheißegal, das war erster Versuch fail. Wir machen weiter, wir machen weiter. Ja, also... Das darf nicht wahr sein. Wir sehen uns gleich wieder direkt davor, ja? Ja. Willkommen zurück und wir haben wieder zwei Jets hier stehen und wir probieren das Ganze gerade noch einmal. Oder? Ja, auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall eine Weile gedauert, bis die wieder gespawnt sind eben. Und, ja, geh mal drauf, oder? Ich rechts, du links? Ja. Wieder? Ja. Ja? Also, auf die Plätze, fertig und go. YOLO! Geht's Gas! Ah, ah! Kriegen wir schon auf die Fresse? Kriegen wir schon auf die Fresse? Oh, schön gelandet. Ja, diesmal bin ich auch nicht verletzt. Oh, hab ich eine Waffe? Oh, hab ich eine Waffe? Hab ich eben auch überlegt. Aber ist keiner da hier, bei mir. Ja, halt die Backen. Ich werd bestimmt wieder drauf gehen, ich hab die falsche Richtung. Doch, hinten kommt eine. Ja, ja, ja. Pff, alter, mach das nicht auf. Aber hinten macht's nix. Die machen die scheiß Titanint auf. Komm, 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 komm. Buch jetzt. Hab ich wieder einen Jet am Arsch. Weiß ich nicht, ich bin dir direkt im Poppes. Ich bin vielleicht ein Meter hinter dir. Ja? Ja. Okay, dann jetzt um die Fahrwerk einzuhigen. Oh, deswegen. Wegen was? Ja, wegen Fahrwerk. Wie kann ich mir mehr Gas geben jetzt? Äh, wie mehr Gas geben? Fahr das Fahrwerk ein. Hab ich gemacht. Hammer? Ich bin weg. Haha, ich bin... Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Welcher Penner. Welcher elende Penner. Mich haben sie auch abgeschossen. Wie kann das sein? Ich weiß es nicht. Nochmal. Willkommen zum dritten Versuch, diesen Jet hier zu klauen. Ja, wir sind jetzt schon zweimal verreckt. Ja, ich rechts, du links. Daniel, ich steig mit auf deine Seite aus. Stell das Ding ja quer. Ja, alles klar. Ach, komm, mach einfach. Flieg da rein. Das ist natürlich ein scheiß Zeichen, dass ich natürlich auf der falschen Seite bin. Ah, komm, land einfach. Land einfach. Ja. Wir werden jetzt schon drauf gehen. Ich... Guck mal. Ey. Guck mal. Ich sterb jetzt schon. Einfach so. Komm, 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 komm. Ach, Quatsch. Quatsch, 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 Quatsch. Komm rein da. Bis der das Ding aufgetreten hat. Junge. Komm. Gell? Aber du bist schon wieder so weit. Ja, ich bin schon wieder so weit. Ich will hier weg. Ich will hier einfach nur weg. Ich will hier weg. Komm schon. Ich will nicht schon wieder... ...eine Rakete abkriegen. Alle, die haben schon wieder abgeschossen, Raketen. Raketen sind schon im Flug. Was für Raketen auf dem Flug? Keine Ahnung. Hast du das nie den Abschuss von den Raketen? Doch, doch, klar, höre ich den. Ich verdränge ihn einfach nur. Ach, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, bitte, 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 bitte. Daniel, wie weit sind die Raketen? Ich kann dir das nicht sagen. Oh, bei mir war eine. Lass mich in Ruhe. Oh nein. Jetzt bin ich glaube ich den Raketen entkommen. Jetzt bin ich gerade direkt in den Boden geflogen. Weil ich nicht aufgepasst habe. In den Boden? Mhm. Weiß ich bin mitten auf dem Berg. Ich bin so dämlich. Ich kotze gleich. Oh, ich hab's, ich hab, ich hab's. Ich habe es. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich die Raketen weg habe. Ich seh sie schon. Ich bin natürlich nicht weit gekommen, gell? Du bist nicht weit gekommen? Hier, Daniel, ich hab das Ding. Ja. Juhu! So, so klaut mein Jet. War ja easy. Nur drei Versuche gebraucht. Aber wie hast du's gemacht? Fliegst du dann einfach nur noch geradeaus, oder was? Tja, schauen Sie sich doch mal das Video an, Herr Farmerdott. Ich weiß nicht mehr, wie das geht hier. Ich komm nicht mehr weg. Ja, das war's von uns. Zumindest für die Folge, ja. Und in diesem Sinne, hau der Rinne, oder Daniel? Yeah. Yeah. Tchou, tchou. Ciao, ciao.